Ja, wir sind hier auf der Gamescom 2013. Wir stehen hier gerade beim Stand von Batman Arkham Origins, dem dritten Teil der Batman-Reihe. Ich habe ihn gerade mal angezockt, leider durften wir das Ganze nicht filmen. Also, ja, was kann ich sagen über das Spiel? Auf jeden Fall, es hat sich nicht so viel geändert. Das Interface ist im Prinzip noch dasselbe, hat einen kleinen modernen Ansprech bekommen. Interface und Kampfsystem sind weiterhin dasselbe. Allerdings wird uns, glaube ich, eine neue Story erwarten, die vor den beiden anderen Arkham-Teilen spielt. Und ich glaube, das könnte ganz spannend werden, so von dem, was ich gesehen habe. Also, ich glaube, für jeden, der Fan der Arkham-Reihe ist, lohnt sich dieses Spiel. Und, ja, das war es auch schon wieder von der Gamescom hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert, kommentiert, favorisiert, was auch immer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Nacht, was auch immer. Und sage ihr mit. Tschüss!